hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer bunte steine fan und ich habe euch dieses lego city set heute mitgebracht die nummer 60223 transporter für den mähtrescher ja wo ich das jetzt als erstes gesehen habe ich dachte mensch das musst du haben das sieht sehr interessant aus und ich habe es tatsächlich hier und ich freue mich es euch reviewen zu dürfen wir schauen uns mal die rückseite an so sieht das ganze aus sehr schön und wir sagen wir machen es einfach mal auf und schauen da ist es auf da sehen wir schon ein paar tüten gut das war alles karton ist leer platzieren ihn wieder hier hinten wir haben tüte nummer eins tüte nummer zwei tüte nummer drei tüte nummer vier und das war schon eine tüte dann haben wir jede menge bauanleitung sehe ich gerade bauanleitung nummer eins da bauen wir da wollen wir den das hat auch noch mal 31 seiten und dazu gibt es noch einen kleinen sticker bogen aber das sind wir ja gewöhnt insgesamt haben wir 358 teile zu einem preis von 29 99 ich habe damals zu einem guten kurs geschossen das war für 20 euro gewesen und da war ich ziemlich froh darüber dass ich das zu dem preis gekriegt habe ich werde es jetzt schnell aufbauen und dann bin ich auch gleich wieder also bis gleich eigentlich und da sind wir endlich fertig mit diesem set es hat ja wie lange hat es denn gedauert eine gute treffe oder stunde hat es gedauert bis ich mit diesem set fertig war und jetzt steht es in voller pracht vor mir es ist wirklich mal was neues was erfrischendes es hat auch spaß gemacht das zusammenzubauen allein schon die medrescher also wie gesagt es gesetzt gefällt mir schon mal sehr gut das kann ich schon mal vornherein sagen so dann würde ich sagen wir fangen erstmal mit den minifiguren an und dabei mit was besonderem zuerst und zwar mit dieser wunderschönen vogelscheuche hier jawoll ja einfach aus ein paar teilen zusammengesetzt ganz einfach schönen hut hat es auf der gefällt mir sehr gut kann man jetzt noch mal abnehmen mit kopf der kopf hat hat ups so sieht er auf der rückseite aus hat ein fliegen mal gucken wir es scharf 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 jetzt haben wir es scharf wir sehen es hat der kopf auf der rückseite einen flicken damit das ganze stroh nicht raus fällt und hier haben wir den gesichtsausdruck dieser vogelscheuche hier wie gesagt ganz normal und simpel zusammengebaut der hut den finde ich wirklich toll der hat mir sehr gut gefallen passt auch sehr gut drauf ups jetzt haben wir sogar falsch rum ach jetzt mache ich wieder alles kaputt ach je jetzt mache ich alles kaputt ups so das sollte jetzt nicht passieren jetzt haben wir es wieder drauf das ist im kopf so jetzt haha und schupp ja auf jeden fall eine sehr schöne gelungene vogelscheuche mit einer heugabel dazu die vertreibt jeden vogel dann haben wir diesen guten herrn hier das ist der lastwagenfahrer der den mähtrescher transportiert ganz cool mit sonnenbrille es gibt keinen alternativen gesichtsausdruck er hat nur den einen und wir sehen wieder diese wunderschöne lederjacke wie wir sie schon in dem outdoor abenteuer set gesehen haben bei der einen minifigur das ich letzten video vorgestellt hatte sehr schön gefällt mir wirklich gut ja so ups die haare wieder richtig gemacht so und haben wir natürlich hier den bauern der die landmaschine fährt sehr schöne gesichtsbedrohung hat er mit dem bart gefällt mir sehr gut auch er hat keinen doppelten gesichtsausdruck seinen schönen hut seine wunderschöne grüne latzhose hat er dann mit seinem karrierten heimt so wie man sich eben einen landmaschinenführer oder bauern vorstellt so da kommen wir jetzt mal zum herzstück des ganzen und zwar zu dem äh zu dem transporter und der wunderschönen äh maschine ja wir werden jetzt erstmal uns den laster anschauen die die mähtrescher tue ich mal zur seite und wir machen es jetzt mal scharf so das ist er in seiner vollen pracht und güte ich werde ihn mal für euch ausmessen wie lang das gute ding ist ja wir haben eine länge von 25-26 cm und wenn die ausgeklappt sind dann haben wir eine länge von halt schau mal hier ah nicht so einfach da kommen wir genau auf 32,5 32 cm ich würde sagen wir waren gute 32 cm in der länge wenn die stützen ausgefahren sind ansonsten in der höhe noch haben wir gute 8 cm wieder ja da werden wir das jetzt mal abkoppeln und ich zeig euch erst einmal ups den anhänger der wurde schön zusammengebaut aus ein paar teilen ein sehr schöner anhänger ich weiß nicht aber ich baue sehr gerne anhänger in lego city städten ich weiß nicht bei lego city kommt das immer sehr gut macht spaß mal anhänger zu bauen und jedes mal auch irgendwie was anderes beim anhängerbau man lernt immer neue andere techniken wie man das zusammenbaut so auch hier wurde der komplett anders zusammengebaut als die anhänger die ich vorher auch mal zusammengebaut hatte hier haben wir den nupsi sage ich mal um ihn hier mit dem lastwagen zu verbinden damit das auch eine schöne verbindung ergibt und er nicht einfach abhaut dann ja allein schon hier hinten haben wir noch was schön war einer von diesen bautechniken die ich jetzt meinte die neu war haben wir hier zweimal zweier platten haben wir einfach die rücklichter drauf geklemmt und das ganze dann hier hinten einfach ich nehme es mal ab so verbundene dass man so eine schöne rückansicht für einen lkw anhänger bekommen hat hat mir sehr gut gefallen dann haben wir hier unseren schönen blauen truck mit diesen schönen seiten auspuffteilen dran die gefallen mir immer sehr gut schade dass es die nicht mehr in flat silber gibt da kamen die nochmal besser rüber das hier vorne sind alles aufkleber und ich weiß auch nicht ich hatte diesmal ziemlich Probleme gehabt die aufkleber abzumachen vom sticker bogen ich weiß nicht was da was sie da neu gemacht haben dass das viel schwieriger ging als normalerweise das sieht man hier auch dass das ein bisschen ja man sieht es hier das gefällt mir jetzt schon mal nicht ja und außerdem das allgemeine problem ich habe es versucht gerade zu machen nein es wird schief aber wir kennen das problem alle hier nochmal von der anderen seite der laster von unten zeige ich ihn euch auch gerne hier haben wir natürlich transport und für was der transporter gedacht ist außerdem kann ich mal hier das dach ab machen ganz einfach und wir sehen eine schöne große kabine und natürlich die obligatorische lego city rote tasse die darf bei keinem trucker fehlen in der lego city und wir haben sogar echte türen das ist das gefällt mir immer sehr gut wenn echte türen mit dabei sind und nicht einfach so überbaut ist das macht das ganze viel viel schöner so viel zu dem laster und jetzt kommen wir zum eigentlichen herzstück diesem wunderschönen mädrager der sich uns hier in voller pracht und blüte erstreckt er hat eine länge von sagen wir 16 cm eine breite von 6 cm 6 cm kommt hin hier vorne am häckseler malwerk sind es 10,5 cm und wir haben eine höhe von 8 cm würde ich sagen 8,5 cm mit ausgefahrenen schnorchel sind wir bei 14 cm da habe ich schon mal euch schon mal eine funktion gezeigt wir können den schnorchel hier hinten können wir schön ausfahren wir können ihn nach drüben schwenken zu jeder seite sehr schön wenn er sein korn abladen muss muss er es ja irgendwie los werden wir können das hier nach oben können wir auch so machen so sieht sogar ein bisschen mehr realistischer aus wenn das so nach drüben geschwenkt ist sieht sehr schön aus gefällt mir wirklich sehr gut also das haben sie wirklich sehr sehr gut gemacht mit dem mädrager hier wir sehen schöne große reifen haben wir bekommen hier vorne einfach ein tolles ding hier wieder jede menge aufkleber alles auf wie gesagt alles aufkleber ist ja bei city alles normal dass es jede menge aufkleber gibt auch das mehlwerk 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 ist sehr gut geworden das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut und es lässt sich wirklich jedes einzelne rädchen hier drehen ich hoffe ihr seht das gut jawohl und es lässt sich ja natürlich auch noch einklappen man kann so einklappen und man kann es sogar noch nach oben klappen so das ist also der straßenbetrieb im grundprinzip das gefällt mir sehr gut ja ups ich nehme mal das cockpit ab das ganze cockpit das wurde so in einem guss gebaut und ja da ist nicht viel los ist halt bisschen spartanisch eingerichtet aber die minifigose sitzt und hat platz so dann kann ich euch mal zeigen wie wir diesen wunderschönen mädrager auf den anhänger kriegen erstmal das hier ganz runter wir können das vordere mal weg ab machen und dafür haben wir hier eine befestigungsmöglichkeit wo wir das hier befestigen können und dann einfach so da ist er schon mal gut verstaut und jetzt fährt er los und mit Karabo perfekt passt alles sitzt jawohl und angedockt da vorne haben wir auch nochmal eine Möglichkeit wo wir ihn fixieren können wie wir sehen ich zeige euch das nochmal hier hier haben wir so zwei zwei Nupsis wo wir ihn fixieren können hier und hier das passt sehr schön rein und damit ist er fixiert und kann auch nicht weg und hoch geht's und fertig fertig sind wir für den Abtransport und das läuft wirklich sehr gut also wie gesagt ein sehr sehr schönes Set und auf jeden Fall Kinder werden es lieben damit zu spielen das ist das hat tausende und eine Möglichkeit für Spielidee jetzt noch ein schönes Bauernhof Set oder dann wäre das natürlich würde sich das perfekt hier mit anbieten das wäre es jetzt aber wir lassen uns mal überraschen vielleicht macht Lego ja das für uns und tut uns den gefallen und gibt uns mal wieder ein Bauernhof paar schöne Bauernhof und das wäre es doch so ich hoffe euch hat dieses kleine Video gefallen ein sehr sehr schönes Set wie gesagt wenn es euch auch gefällt seht zu dass ihr es irgendwie für 20 Euro schnappen könnt dann ist es auf jeden Fall sein Geldwert und ihr macht da wirklich nichts falsch damit ich hoffe euch hat dieses Video gefallen lasst gerne ein Like da einen Daumen nach oben ist ja der Like ein Abo würde mich sehr freuen oder lasst auch gerne einen Kommentar da was haltet ihr von dem Video hat es euch gefallen oder nicht sagt es mir einfach und wir sehen uns dann beim nächsten Set wieder und ich sag dann einfach mal habt noch ein schönes Restwochenende und ciao ciao wir sehen uns euer Guntersteine Fan